Herzlich Willkommen liebe DK4 Zuschauer zu der NDR 1 Schlagerparty auf der Expo Hannover in Deutschland. Ich möchte Ihnen heute gerne einen ganz besonderen Künstler vorstellen. Es gibt ja einige Menschen auf der Welt, die singen gut. Es gibt auch viele Menschen, die sehr gut singen. Aber es gibt wenig Menschen, die zum Singen geboren wurden. Und genau so einen Menschen möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Hier ist Semino Rossi. Herzlich Willkommen Semino Rossi zum Interview von DK4. Schön, dass Sie Zeit haben heute für uns. Sie sind vor 20 Jahren nach Europa gekommen, um hier musikalisch Fuß zu fassen.